Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Song, beziehungsweise kein Song. Es ist ein Künstler, auch ganz anders, wie ein Dom Ted. Ihn kennt ihr bestimmt auch, durch YouTube. Er hatte über 50 Millionen Klicks. Okay? Das heißt, alle, die hier drin sind, sollten ihn kennen. Jetzt kommt ein Riesenapplaus, auch von da oben, der liebe Tugai. Hallo. Dankeschön, Dankeschön. Tugai, was wirst du uns eigentlich vorzumachen? Ich wollte ein bisschen jürgen. Ja, das sieht doch schon mal... Ja, ungefähr. Kein Spaß. Nein, du Beatbox. Beatbox? Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir sind frei für dich und viel Spaß. Dankeschön. Ja, hallo erstmal, mein Name ist Tugai und ja, wie ich gerade gesagt habe, ich bin Beatboxer. Und ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, war noch nie in Köln. Und ich brauche eure Unterstützung. Also, habt ihr Bock auf Beatbox? Ja! Ey Leute, ein bisschen mehr Elan. Habt ihr Bock auf Beatbox? Ja! Okay, cool. Dann würde ich mal sagen, erster Sound. Zwei, der Sound. Dreh, der Sound. Und jetzt alles zusammen. Ja! Ich hab's noch so앙! Yeah! Okay. Das war's. Das war's. Das geht noch ein bisschen schneller, das klingt dann ungefähr so. Dann würde ich mal sagen, habt ihr Bock auf Hausmusik? Ja! Was soll bitte das? Habt ihr Bock auf Hausmusik? Ja! Geht doch! Er ist cool, er ist cool. Okay, dann würde ich mal sagen Hausmusik. Ladies and Gentlemen, it's time for Hausmusik, 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 Hausmusik. Ja! 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 Aber nicht ich, sondern das Publikum, oder? Ja. Okay.